Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Ort zeige ich euch die Sachen, die ich mir in den letzten zwei Monaten angeschafft habe. Darunter mein neues Handy, ein Set, was ich mit 63% geschossen habe, sowie die Sachen, die ich zu meinem Geburtstag bekommen habe. Also reden wir nicht lange drumherum, sondern fangen direkt an. Los geht's! Das Set, was ich mit 63% geschossen habe, zeige ich euch am Ende des Videos. Aber zuerst fangen wir an mit meinem neuen Handy. Und das ist ein Samsung-Handy, und zwar so ziemlich das Neueste, und zwar das Galaxy Z Flip 4. Ich kann es euch leider nicht zeigen, sondern nur hier die Verpackung, da ich gerade damit filme. Damit werden auch meine nächsten Videos und alle gefilmt. Und es ist einfach ein cooles Handy, kann man nicht anders sagen. Und ja, das dazu machen wir weiter mit dem ersten Paket. Und das kam in einer sehr ungewöhnlichen Verpackung, meiner Meinung nach. Und zwar haben wir hier einen großen Karton. Der kommt von Amazon. Den habe ich vor ca. zwei Monaten bestellt. Mit 44% Rabatt waren es, glaube ich, für 56 Euro. Und das Ganze kam in einem Umkarton. Und da drin war dann dieser Karton. Und das ist ein Karton von Lego. Das finde ich eigentlich nur gewohnt von größeren Sets, wie den Ninjago City Gardens. Die kam zum Beispiel auch in so einem Umkarton. Und das finde ich ganz cool. Und dann öffnen wir mal diesen coolen Karton hier. Und zwar ist das ein Star Wars Set. Und ihr seht es bestimmt schon. Und zwar ist das Bad Bad Shuttle. Und ja. Machen wir hier den Umkarton weg. Und dieses Set habe ich tatsächlich für 56 Euro bekommen. Und da bin ich wirklich zufrieden, weil es ist ein wirklich cooles Set. Mit sehr kombiniert Kunden hier Hunter, Wrecker, Tech, Echo, Crosser und dieser Gonk-Truide. Und Truiden gehen ja immer. Zumindest Gonk-Truiden. Die Speedabikes sind zwar ein bisschen lahm, aber naja. Der Schattel ist dafür noch mit am coolsten. Und von der Rückseite sehen wir nochmal die ganzen Funktionen des Sets. Wenn ihr dazu ein Video haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass ich es jetzt bekommen habe. Als nächstes haben wir ein Set von Alternate. Und zwar habe ich das, trotz dass es exklusiv ist und so ziemlich nie reduziert, mit 25% bekommen. Und zwar für 65 Euro. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, worum handelt es sich? Und zwar um die Müllpresse. Vom Todesstern. Ich habe ja schon den großen Todesstern, aber diese Müllpresse ist einfach viel detaillierter. Kommt mit 802 Teilen und ja. Kommt natürlich aus der Diorama-Collection. Und an sich ist das Set eher langweilig. Und mit dem Preis pro Teilverhältnis, ich meine das Set kostet 90 Euro Original, viel zu teuer. Aber für 65 Euro habe ich mir gedacht, das geht. Besonders wegen den coolen Minifiguren. Und ihr seht ja jetzt nur vier. Aber wie bestimmt schon viele wissen, sind auch R2-D2 und C3PO in einer sehr coolen Variante dabei. C3PO hier mit Rückenprint und R2-D2 mit Armprint. Was natürlich richtig cool. Der Aufbau war zwar eher wie ein Mosaik. Aber naja, machen wir weiter. Mit den Sachen, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Da fangen wir dann klein an und steigern uns immer in der Größe. Angefangen hat es dann mit dieser Lünichens-Tüte. Die habe ich dann von meiner Schwester zum Geburtstag bekommen. Ein cooles Ding. Ich weiß auf jeden Fall, dass Silvester drin ist. Das habe ich auch fühlt. Aber ich habe ihn auch schon ausgepackt. Und ja. Da sage ich auf jeden Fall erstmal zu. Mal gucken, was ich damit anstehe. Weiter ging es dann mit diesem Friends-Polybag hier. An sich zwar nicht so interessant. Aber es sind ein paar nette Teile dabei. Also Monde nicht. Ein netter Teilspender definitiv. Als nächstes haben wir dann dieses ATS-T-Polybag. Also nicht ein wirklich cooles Polybag. Aber es war ein bisschen langweilig. Da habe ich dazu auf Rebrickville ein Alternativmodell entworfen. Und dazu auch eine Anleitung auf Rebrickville hochgeladen. Die verlänglich mal in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal herunterladen und aufbauen. Und zwar ein Tech-Pod. Und ja. An sich trotzdem ein nettes Polybag. Netter Teilspender. Machen wir weiter mit dem nächsten. Das war dann ein Video-Set. Und zwar von den Bandmates 2. Und ja. An sich ein netter Karton. Aber der ist natürlich wichtiger. Und da gab es dann diese Vampir-Gitarren-Spielerin. Mit diesen drei Plaketten. Ich weiß gar nicht mehr, wie die meisten. Aber egal. Und ja. An sich eine nette Figur. Aber jetzt auch nichts Besonderes. Wir steigern uns mit diesem Star Wars-Set hier. Und zwar der Last Family Homestead Kitchen. Das war ja das GVP am Made of Force. Und ja. Das habe ich auch zum Geburtstag bekommen. Ist ja Peru mit dabei. Eine sehr coole Minifigur. Die ist aktuell auch so ca. 30 Euro Freakling wert. Und ja. An sich wirklich ein sehr cooles GVP. Ich freue mich, dass ich das jetzt in der Sammlung habe. Und ja. An sich wirklich ein nettes Set. Und ja. Weiter geht's. Mit dem Dark Trooper Attack. Ein wirklich sehr schönes Set. Kann man nichts anderes gegen sagen. Ist jetzt zwar mit dem Preis-Pro-Teil-Verhältnis etwas teuer. Und auch eher eine Kulisse. Aber die drei Dark Trooper und die neue Luke Skywalker Minifigur sind wirklich umso besser. Und wirklich ein sehr cooles Set meiner Meinung nach. Und ja. Kann man definitiv nichts mit falsch machen. Weiter geht's an mit dem Republic Fighter Tank. Und zwar der neuen Version von 2022 mit Mace Windu mit Armbetrugung. Eine sehr coole Minifigur auf jeden Fall. Dann den 187. Niki und Clone Commander. Und auch zwei von den Troopern. Und dazu noch zwei Battletroiden. Wirklich von der Minifigur aus. Ein super Set. Und der Tank. Ja. Ist ein bisschen Sticker-lastig. Aber es geht. Also an sich wirklich ein cooles Set. Leider bei Lego exklusiv. Und glaube ich auch noch bei Smith Toys kann man zukommen. Oder Smith Toys. Ich glaube es Smith Toys. Und ja. An sich wirklich ein cooles Set. Kann man auch hier nichts falsch machen. Und ich freue mich auch. Dass dieses Set jetzt in meiner Sammlung einzugeholt wird. Weiter geht's. Mit dem N1 Starfighter von Mando. Aus dem Book of Warfett. Eine. Ja. Sagen wir mal. Ganz nette Serie. Aber die Episode mit Mando war natürlich wieder am besten. Wie soll's auch anders sein. Denn er kommt hier natürlich mit einem Darksaber. Und auch Armbedruckung. Besonders ist bei ihm. Dass er eine Gesichtsbedruckung hat. Das ist hier glaube ich exklusiv. Vielleicht ist es jetzt noch in der neuen UCS Razor Quest drin. Das weiß ich noch nicht. Dann haben wir hier noch Grogu. Pili Motto. Und BD. Ist nicht BD1. Dazu müsst ihr euch den Großen holen. Aber hier ist immerhin eine andere BD1 Einheit. Mit einer neuen Bedruckung drin. Und das Set ist an sich etwas zu teuer. Mit 60 Euro. Aber wie gesagt. Wirklich ein nettes Set. Und ja. Wirklich ein nettes Raumschiff. Kann man nicht anders sagen. Weiter geht's. Dem vorletzten Set. Was ich zum Geburtstag bekommen habe. Und zwar dem Mandalorian Starfighter. Ein wirklich sehr cooles Raumschiff. Mit auch wirklich sehr coolen Figuren. Hier zum Beispiel Gar Saxon, Bo-Katan. Und dem Mandalorian Joylist. Der ist ja jetzt auch im Magazin drin gewesen. Vor einem Monat. Aber egal. Der Gar Saxon geht ja jetzt auf Freakling. Richtig hoch im Preisen. Der glaube ich auch schon fast 20 Euro geknackt. Genauso wie Bo-Katan. Und wirklich ein sehr cooles Raumschiff. Kann man nichts gegen sagen. Und ja. Aus der coolen Funktion dabei. Wenn ihr das im Review haben wollt. Gerne in die Kommentare. Und kommen wir nun zum letzten Set. Weil ich zum Geburtstag gekommen bin. Aber er handelt es sich um ein Set. Zu Jurassic World Dominion. Ein Film, den ich ja, sagen wir mal schwach fand. Aber das Set hierzu ist umso cooler. Und zwar Gigantosaurus und Terizinosaurus Attack. Der Karton ist einfach viel zu groß hier. Aber egal. Ein wirklich sehr cooles Set. Mit zwei großen Dinosauriers. Die wirklich sehr cool sind. Das ist dann auch eine eher kulissenhafte Basis. Und auch hier so ein Aussichtshorn mit Helikopter. Ja. An sich ein wirklich sehr cooles Set. Und die Minifuern sind auch cool. Hier seht ihr sie. Einmal Alan Grant in der alten Version. So wie Ellie Settler. Owen Grady. Claire Dearing. Kayla Watts. Und Dr. Wu. An sich wirklich sehr coole Minifuern. Und auch ein sehr cooles Set. Und ja. Wie gesagt. Schreibt in die Kommentare. Ob ihr dazu ein Review haben wollt. Und da kommen wir auch schon zum Set. Weil ich mit 63% geschossen hab. Zwar war das ein Angebot von Amazon. Kam aber von einem externen Anbieter. Aus Luxemburg glaube ich war es. Und ja. Das Set kostet original 50 Euro. Ich hab's jetzt für etwas über 18 Euro bekommen. Und das war einfach unschlagbar. Und zwar handelt es sich dabei um den Luxemburgers X-Bring Fighter. Die kleinere Version. Und es ist wirklich ein sehr cooles Set. Ich hab auch reingeguckt. Die Minifuern sind alle da. Das werd ich auf jeden Fall jetzt demnächst aufbauen. Ein wirklich cooles Set. Etwas gedowncreated zu dem 100 Euro X-Bring. Ja leider auch nicht mehr auf dem Markt. Das der war schon 2018 der letzte. Aber allein die Minifuern und so. Also ich hab's etwa 18 Euro bekommen. Und da konnte ich einfach nicht nein sagen. Ich hab ihn auch noch nicht. Ich hab also mein einzigster X-Bring kommt von 2014 war's glaube ich. Und ja. Da ist das hier definitiv. Eine sehr coole Ergänzung in meiner Sammlung. Kurzer Nachtrag. Ich hab noch etwas auf Witzig geschossen. Und zwar die 9-4, 9-8. Und 2012 war's glaube ich. Den Cicc-Tin Starfighter. In einem in Ordnung Zustand würde ich mal sagen. Für insgesamt 20 Euro mit Versandkosten. Und allein mit dem Minifuern fand ich das einfach unschlagbar. Ich zeig euch jetzt nur hier die Anleitung. Im Karton war da ja nicht mit dabei. Aber wenn ihr mal das Set sehen wollt. Schreibt in die Kommentare, ob ihr ein Review dazu haben wollt. Das war's dann von diesem Haul. Schreibt gerne in die Kommentare. Was euer bestes Angebot bisher war. Prozentual. Und von welchem Set ihr als erstes ein Review haben wollt. Bis zum nächsten Video. Und ciao.